Wir kommen zu einem zweiten Serienpitch. Lawrence of Alemania oder das Skalpell des Dr. Abdallah. Berlin ist gefallen, die Fronten unklar. Die Allianzen, verzerrt, absurd, der Wirklichkeit scheinbar enttäuscht. Die Münsteraner Altlinke haben sich mit Abteilungsgegnern und ostdeutschen Reichsbürgern mit Hasserschießungen von homosexuellen Befehlungen. Im Borchers hat ein Mann namens Space Trailer Manfred Dravenreuth angetan. Verkauft modifizierte G-36-Sturmgewehre an zarte Jünglinge, in einer Uniform aus C&A-Regengames und weißen Tennissoccer bekämpft sind. Gegen Dschihadisten und pensionierte Studienräte in russischen WT-R-70-Schützenpanzerwegen. Sie sind blitzschnell und kommunizieren über Snapchat. Aufstand der Roma. Das bayerische Lager haut zu der Existenz der Hand, der Start ist als erstes im Fall. Außer Kontrolle nun auch viele Deutsche interniert. Die G-Dagisten, Burjwa-Bohemians, Kaufleute. Es kann jeden treffen. Seehofer, verschollen. Dem ist hier schon fast übergehalten. In einem YouTube-Video sind zwei ältere Damen zu zählen. Die eine war 30 Jahre lang Vorstandssekretärin bei RWE. Die andere hatte im Auftrag der Allianz-Stiftung Kunst. Jetzt tanzen sie in vollgeschissen Unterhosen vor ihren Ballacken. Im Hintergrund andere Häftlinge. Alle stampfen im Takt. Kräftige Singen. Wir sind Deutsche und tanzen in German Prison Song. Wir sind Deutsche und tanzen in German Prison Step. Wir sind Deutsche und haben alles verloren. In diesem Moment durchtrennt ein 15mm Projektil und Rauchenschlagade des Lageraufs, der Patrick Riegel und Hupfzeh. Sein trauriges Leben ist vorbei. Vom die Leiche herum bricht Panik auf. Sein Schnellvertreter Timo Krasse ist ehemaliger Marketing-Mitarbeiter von Skuliado, einem Online-Fersand für Schulbedarf. Jetzt schießt sein Schnellfeuergewehr unkontrolliert in die Landschaft. Das Video bricht ab. 1,8 Millionen Virus innerhalb von syrischem Unternehmen. Das einzige Video auf dem YouTube-Kanal des syrischen Herzchirurgen Abdallah-Alabdallah. Zu viele Fragen. Hat er sein Video monetarisiert? Welche Werbung sind er ausgetragen? Welche Bilder würden Sie uns als nächstes liefern? Das wäre schlimm, das ist ein Wichtiges Team. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020